Ja Leute, ein neues Video steht vor der Tür. Ich habe ja gesagt, dass ich vielleicht quitten werde. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass ich nicht quitten werde. Und das Video, was jetzt kommen wird, da sage ich auch noch was dazu, was ich jetzt sagen will. Also, ihr seht ja in meinen letzten zwei Videos diese 24 Dislikes. Jetzt sind das 27, bei den anderen 32. Ich weiß, der heißt irgendwie Leon irgendwas, der hackt mich und sagt er, angeblich hackt er mich. Ich glaube einfach, der hat zu viele Accounts und macht sich, also disliket die Videos dann damit. Also, er gibt sich als Hacker aus, was ich nicht glaube. Und ja, also, dann guckt euch dieses Video an. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit und bitte dieser Hacker, angeblicher Hacker. Bitte hör einfach auf, was bringt es dir? Bitte schreibt in den Kommentaren, was es dir bringt. Also, guckt euch dieses Video an. Hallo, meine Damen und Herren, heute spielen wir Leather Clash von dem lieben Herr Enderman. Und ja, gleich kommen wir zu den Themen, gleich fangen wir an und dann würde ich mal sagen, bis gleich. Und ja, Leute, hier sind wir auch schon wieder mit Herr Enderman, den hört man natürlich. Und ja, ich habe ja gesagt, dass ich quitten werde. Es gibt einen besonderen Typen, der mich halt auf YouTube richtig abfuckt. Der hat gesagt, ja, ich werde dich hacken, ich werde deine Videos disliken. Also, Leute, guckt mal, wenn ihr diese ganzen Dislikes in meinem Video seht, nehmt's. Also, ich weiß, dass es nicht von euch sind, das ist von diesen Typen da. Ich weiß das ganz genau, also wenn du dieses Video siehst, Leon irgendwas, ähm, dann... Hä? 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 travelingGEff! Äh, hä? Hä... Hä? Hä? Äh, hä? 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 Wer ist das? Heifier? Hä? 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 Är für hier zu mir? Hä?Ä? spiel das zum ersten mal ich werde euch beide verlinken jeden fall auf jeden fall was mein gott das war kein bug das bist du ich kann nicht weiter bauen du stehst doch doch wenn man das ist scheiße jetzt sterbe ich liegen und meine händler man geht da weg wahrscheinlich du bist unsichtbar du bist da ich kann das nicht setzen aber ist denn da ein junger nicht schlagen er muss kann ist doch warum doch wenn es tag ist geht es doch los oder nicht nein nein mein bett ist ab ich weiß ich glaube er hat sich selbst abgemacht sagt er doch so ich so dumm bin ich nicht was mein bett ist nicht weg ne mein bett ist nicht weg oder hallo nicht mit schadens trinken werfen nein mein bett ist nicht weg oder mein bett ist nicht weg oder nein mein bett ist nicht weg ne also mein bett ist nicht weg leute ich habe vergessen ich glaube ich habe vergessen zu schlafen hätte ich hier ja nicht hier ist nicht weg er hat er ja gar nicht er hat er warte er war scheinlich er wird wahrscheinlich oh mein gott er gibt mir kombo er gibt mir kombo er gibt mir kombo er gibt mir er gibt mir er meinte da auch mit mir im Kanister wäre ein bisschen Stress oder so aber wie sie sich hier und was alle wichtig die stehen und eigentlich richtig gut würde ich mal sagen um also alles vielleicht bei uns ein bisschen wie so alles gut alles klar was tust du ihn an du Böserkehren die die okay okay hier sind wir auch am stüsselmüssel das ist schneller das dauert so lang okay wollen wir noch eine zweite runde machen ja leute hier sind wir auch schon eh da in der zweiten runde die der dir spawner ist jetzt auch mal an ich bin mit wenig leben gekommen jemand hat mich mit dem bogen richtig rasiert das haben wir noch ein hat g g g mein gott wo das kombo nein wenn ihr meine Fresse siegner wenn ich ähm die Kinder auf mich juckt ihr nicht mehr wenn ich spiele ich muss mir hier schlapp lachen also ich wollte jetzt ohne spaß quitt nicht weil diese dislikes das regt mich auf manche sagen sogar du bist voll der like geile leute wollte nicht eine bewertung sehen wenn ihr ein video macht wollt ihr keine bewertung sehen wie eure sagen wir mal euch finden wollte keine bewertung sehen oder ist euch die bewertung scheißegal also ich glaube dass er jetzt nicht also die gehen einfach wahrscheinlich dagegen die beide auf mich ich hab zwar in der man was alles klar mit ihr hört ihr händermen ist ein hacker händermen ist ein hacker okay händermen ist ein hacker händermen händermen ja er ist ja fast folgiert dieser typ ja die gehen einfach beide auf mich aber ich gebe euch trotzdem die todeskomme händermann das war eine todeskomme wenn du jetzt sagt ich habe ihn ja den habe ich easy und der endermann obwohl die zu zweit ich glaube die sind auf mich zu zweit aufgegangen wiederholen keine wiederholung ich möchte keine sehen was scheiße ever of creative der cheater ever of creative to be still creative erinnern wenn du griefer du griefer du ja da ist voll dir was soll ich tun was soll ich tun nicht singen ich glaube wenn ihr wenn ihr mich singen hört dann der junge ist das dein herz was macht er da ja akkulär ist auch nice ich habe trotzdem kriegen wir ihn tja wir sind einfach groß ok händermann du willst du willst du willst du wolltest du kriegst du kriegst du kriegst du kriegst nicht wir sind die schädigkeiten ich bin nicht draußen ich bekommst ich bin nicht draußen jeden Fall ich bin nicht draußen die ich bin nicht draußen er sieht ja ich bin nicht draußen ich bin einen kritischen Langeweile ja ein und nicht nur die er zieht ja er hatte kein Bett er hat sie doch im Bett gemacht, oder? ey du bist auf creative, du cheater guck mal! Leute guck hier der ist auf creative du bist auf creative guck mal, diesem Bett und da und da aber alles ab alles ab nein Nein. Okay, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen mit dem lieben Herr Enderman. Und ja, der will mich hier jetzt versklaven, aber es juckt ja auch kein, was mit mir passiert. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Und...